war nur ein Steintieren naja, irgendwann und wir müssen die 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 um die m er geht nicht mehr drauf Hä? Jetzt gehen wir ins Weihel so hin. ich glaube die Hohen sind mitgekriegt wahrscheinlich so ja das ist ein Bruder das ist ein Bruder Hau, 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 hau... Kannste sich irgendwie ganz großräumig aus und umgehen? Die Opfer, haben Sie sicher die anderen Krieger hingebracht? Hau, ne... Wie hast du das beim ersten Mal gemacht? Ich weiß es, bin ich irgendwann auch gesthalten. Missionsgebiet verlassen, scheiße, da konnte es aber auch irgendwie eine Vorwarnung geben oder so. Meines Erachtens. Verschwinde aus dem Zinno-Opte. So, in die Schütte gestochen. Ich warte fast für Harakiri. Genauso. Oh, Sniper. Mach. Dreck so. Na, kommst du auch mit? Na. So. Oh, ich spotten, was sich bewegt. Jawoll. Jawoll. Das hat die Sniper da drücken, oder? Die, die Seng. Oh. 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 Ach du Scheiße. Oh. Genau. Dann geht's wieder, gell? Das ist falsch. Das hat so eine scheiße RPG. Oh. Wo ist sie denn da? so aufmagaziniert Kiste war da da und unterwerten jetzt aber wieder mitten ins Kriegsgebiet eine hat Oh, das war nix Gott sei Dank kommen die nicht her Was der gemacht hat Kopfschuss sogar Kopfschuss sogar Jetzt nur mehr der News Boah Nein, sicher So, die Sau, halt das Ja, Nogel habe ich noch nicht gesagt Jawohl So Schau Sniper, gell? So Wie ist denn von da mit der Der Heli Meine Zeit verliert Lauf, lauf, lauf Schau Oh 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 Uhhh! So, scheisse! Ach, du Scheiße. Hab ich dir schon mal. Gesagt, was Wahnsinn ist. Geht. 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 Lass den ganzen Leichen verschwinden da. Lass mich raus. Oh Gott. Dennis. Kissen. Dennis. Wie ist das möglich? Das Glück ist mit dir, mein Freund. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Das war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag, Citra, ich komme. Okay. Ich sag sie sofort. Und das nächste Mal werden wir erfahren, was Citra dazu zu sagen hat, dass wir noch am Leben sind. Ich muss mein Zeug von den Piraten zurückholen. Und natürlich muss Jason das Zeug von den Piraten zurückholen, wie er uns gerade erzählt hat. Also, bis zur nächsten Aufnahmesession. Das war's von Buck Spencer und Terrence Fail, Outsider Gaming. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Adios. Ciao, ciao. Tschüss.